Ich muss aufpassen, gegenüber können auch welche gespawnt sein, ne? Ach, du legst dich da im Busch. Ich glaub, ich geh erstmal über Außen über Garagen, nicht dass die uns mal hinten überrumpeln. Ja, da läuft er, Killer. Killer, ich komm zu dir. Da ist da eine Mauer da drüben. Der kleine Sack. Ich muss kurz Evo schmeißen. Der Chef ist ja auch hier, ne? Hm. Oh, hier ist schon überall was los. Hä? Steht der da hinten? Ich hör, ich hör irgendwas. Du bist das, okay? Wir sind... Wir sind Garten. Ja. Ja, war bei mir ja auch. Ich hab ja unten einen Garst. Oder sind das jetzt zwei? Wir müssen... Also Schaller ist dead. Ja, das ist auch hier. Ein Guard. Also ich hab hier unten zwei Guards. Wenn du einen Guard und einen Richaller hast, dann müssten eigentlich alle weg sein. Möglich. Ich prüf noch. Ja, sieht gut aus. Ich stacke ihm nach. Ich muss auf jeden Fall an der HK irgendwas verändern. Die kickt ganz schön hoch bei dir. Der Recoil ist zu hart gerade, ja. Das hat mich jetzt gerade auch ein bisschen irritiert. Nö, nö. 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 Nö, jetzt kommt noch ein Flugzeug. Ne Redoute. Bin auf der Treppe. Ja. M995 hat er geladen. Schönes Ding. Deine Mitte in dem Grünstreifen sind die drinnen. Alter. Ja... Ja... ... ... ... Ich versuche von unten ran zu liegen. Ja, die hat geschossen, ist vor mir irgendwo, an der Leitplanke ja, an der rechten Leitplanke von dem Mittelstreifen hängt er. 360-360-Roundhouse, Sturman hat mich erschossen, der Sack. Ich hatte noch auf Akzelfeuer gestellt. Hui! 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Ui Wollt ihr mich rollen? Die bewegen sich dann nicht weg Einer ist noch da Einer steht noch rechts um die Ecke Nur drei Raider, aber hier hat sich doch gerade noch was bewegt Ich weiß nicht ob ihr das gehört habt Guck 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 Ich bin jetzt hier. Level 9er Kann er wieder haben Bambi Slayer, ja Monster, Leute, was ist los mit euch? Ja, das ging noch mal ganz gut, aber es waren nur Raider und irgendwie der Level 9er hier Wo der Rest hin ist, weiß ich nicht Aufwasserrechts von uns auf dem Berg kann ja sein Joa, da wird den Winken Die schrennen ins Gebäude Ja, ich hoffe, dass ich Ausdauer habe, dann mach ich einen anderen Kommentar Ich höre halt nix, nicht dieses Shirt Bisschen Raider Hier redet was? Ja, Raider, Junge Ja, ich komme die Treppe runter Ich geh mal hier in die Toilette rein Na ruhig Ja, da sind Raider rein Ne, Spieler Bei mir ist gerade ein Spieler Ja Hab einen Einen Spieler Minus Ja, ist noch einer Irgendeiner mit einer M1A, ein Spieler Ja Ich glaube, ich habe seinen Body Och, der geht mir auf den Sack Ja, das ist noch einer Einer Oh, Alter. Maschine! Ach, so ne leichte Blutung. Oder meinst du das sind noch mehr? Weiß ich nicht. Alles ist möglich. Ach, ich hab wieder das Kaktell dabei. Wo hab ich denn den Rucksack hingeschmissen eben schnell? Ach, ist egal. Die haben eine super große Rucksäcke. Äh, ja. Ach so. Eher nicht. Doch, er hatte. Den hab ich ja wieder mitgenommen. Aber da drüben liegt ja noch einer, oder nicht? Hier nicht, ne. Doch, auf der rechten Seite von dir. Andere Seite. Ist da nicht auch noch einer? Ich hab hier irgendwo noch einen hinge... Ach, da, ja. Das ist er. Siehste. Das ist einer gewesen, Herr Trizel. Aber der andere hat ja deinen, glaub ich, aufgehabt, ne? Ich weiß es nicht. Jaja, das war... Er hat Turner Pro nicht den großen dabei gehabt. Glaub ich nicht. Das war der? Oder Player? Ja. Ich hab meine RPK dabei. Ähm. Oh, mein Rucksack, ja. Noch, come on. Ja, das ist meine Tech Deck. Mein Held. Mein Headset. Der Rulach. Halt mal. Ja, so macht das keinen Sinn. Ja, vornimmst du nicht den großen Rucksack. Ja. Die Frage. Junge. Ja. Er wollte es aber auch richtig wissen, ja. 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 Ich habe meinen Tag. Jetzt habe ich jetzt hier irgendwas billiges dabei, ne eigentlich nicht, aber die Frage ist noch mit wem haben die sich denn gebattelt. Raider? Ist das alles Raider? Ne, das müsste auch ein Raider sein, das müsste auch einer sein, das ist ein Player, ja. Ja, es war aber Glück, dass ich jetzt gerade aus der Hüfte getroffen habe, bei dem zweiten. Ja, du hast ja beide aus der Hüfte, die wurde das nämlich auch gewundert. Na gut, da wusste ich, dass ich da nur im Vorteil bin zeittechnisch, wenn ich das schnell aus der Hüfte mache. Diese Geräuschkulisse auf Reserve ist so schrecklich, alles ist so laut. Ja, dein Haki Johnst, genau der hat dich umgebracht hier mit der Granate. Moon Moon, ich weiß nicht ob die, ich glaube der hat doch nicht dazugehört hier der Typ. Der ist, das ist der der ganz am Anfang als erstes unten war, den ich gesehen und beschossen hatte. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020